Eine Ehefrau fährt mit dem Boot ihres Mannes, einem begeisterten Hobbyfischer, auf den See hinaus, um sich dort ein wenig treiben zu lassen und zu lesen. Sie rudert eine Weile, legt Anker an und nimmt dann ihre Lektüre auf. Bald darauf erscheint der Parkwächter in seinem Motorboot. Guten Tag, gnädige Frau, was machen Sie denn hier? Ich lese, bitte, antwortet die Frau. Der Parkwächter erwidert, Sie befinden sich hier aber in der Zone, in der Fischen verboten ist. Aber ich fische doch gar nicht, das sehen Sie doch, gibt die Frau zurück. Der Parkwächter sagt, na ja, aber Sie haben die komplette Ausrüstung dabei. Ich werde Sie mitnehmen und einen Strafzettel ausstellen müssen. Wenn Sie das tun, werde ich Sie wegen Vergewaltigung anzeigen, erwidert die erboste Frau. Aber ich habe Sie doch gar nicht berührt. Die Frau schnappt zurück. Na ja, Sie haben aber die komplette Ausrüstung dabei.